Wir haben Harald Staatsöl zu Gast. Er ist Mode-, Lifestyle- und Diamanten-Journalist und auf der GQ-Liste der elegantesten Männer Deutschlands auf Platz 66 noch vor Karl Lagerfeld. Richtig, oder? Ja, Lagerfeld ist auf 68 bald abgeschlagen. Und wir haben Peter hier in unserer Mitte. Der braucht jetzt mal eine Modeberatung. Wie sieht es denn aus, so etwas zu retten? Also grundsätzlich ist es ganz okay. Es ist eigentlich zu retten. Es sind Grautöne. Der Schal macht es natürlich wett. Was ganz cool ist, ist diese Brille, vielleicht ein kleines Detail in den drei französischen Farben. Wo ich allerdings große, große Probleme habe, sind diese Schuhe, die ich eigentlich als solche nicht bezeichnen würde. In deinem Alter sollte man, also entweder Slipper oder Schnürschuhe oder netten Broke oder sowas, aber diese Turnschuhe zum Einkaufen vielleicht morgens um 7 bei Netto, wenn einen keiner sieht. Bis zum nächsten Talk, da offene Tür, habe ich mich umgezogen. Da freue ich mich drauf. Ich bin ein paar Gelegenheit. Die Fenster wird in der Mitte Zeit, als es etwas Lager eingeführt. Und jetzt weg, da freue ich mich drauf.